Der 1. Juli, ein Sommertag wie im Bilderbuch. Hoffe, Sie konnten ihn auch genießen. Schönen guten Abend beim Wetter, von dem auch die Schmetterlinge heute am Brühlgraben in Alltag sichtlich angetan waren. Gut gefällt das aktuelle Wetter auch dem Obst und Gemüse im Schrebergarten. Da wächst und gedeiht alles. Es muss nur auch fleißig gegossen werden, Sonntag hin oder her. Und diese Arbeit wird uns auch morgen noch nicht von oben abgenommen, denn Vorarlberg liegt nach wie vor unter schwachem Hochdruckeinfluss zu erkennen hier. An der sehr wolkenarmen Luft labiler wird das Ganze erst am Dienstag. Morgen hingegen, da beginnt der Tag mit viel Sonne. Am Nachmittag werden die Quellwolken etwas grösser. Vor allem im Süden des Landes gibt es einzelne Gewitter. Ansonsten sollte es trocken bleiben. Frühtemperaturen am Bodensee und im Walgau schon über 15 Grad. Etwas erfrischender wird der Start in die neue Woche in Wart bei nur 9 Grad. Untertags dann aber sommerliche Werte im ganzen Land. Wir knacken wieder die 30-Grad-Marke. Und durch die schwülwarme Luft, da fühlt sich das noch drückender an. Also die große Wasserflasche einpacken, damit der Kreislauf nicht plötzlich schlapp macht morgen. Dienstag und Mittwoch dann weiterhin schwül, warm und anfällig für Gewitter. Vor allem an den Nachmittagen kann es teils kräftig regnen. Da darf sich die Gießkanne dann Zeitausgleich nehmen. Am Donnerstag aber schon wieder etwas freundlicher. Also was die Temperaturen betrifft, bleibt es auch in der ersten Juliwoche sommerlich. Aber es wird labiler mit Gewittern, jeweils in der zweiten Tageshälfte. Heute Abend gibt es keine Gewitter. Es wartet ein weiterer lauer Sommerabend auf uns. Also nichts wie raus ins Freie. Auf Wiedersehen.